Das House of One ist eine großartige Idee, ein gemeinsames Gebäude für die drei großen monotheistischen Religionen, Christentum, Islam, Judentum, ein gemeinsames Gebäude im ältesten Zentrum Berlins. Berlin ist eine vielfältige Stadt, eine tolerante Stadt. Vielfalt ist geradezu ein Markenzeichen der deutschen Hauptstadt. Und nicht weit vom Petriplatz, wo dieses House of One entstehen soll, nicht weit davon entfernt, bauen wir am Humboldt-Forum im Berliner Schloss, ein Ort des Dialogs, der Begegnung mit den Weltkulturen, mit allen ihren kulturellen, aber auch religiösen Äußerungen, aber eben der Blick auf die ganze Welt. Hier fokussiert auf diese drei monotheistischen Religionen, die die Geschichte Europas, die Geschichte Deutschlands und auch Berlins so nachhaltig geprägt haben und auch in der Zukunft prägen werden. Insofern, das House of One ist eine großartige Idee, die Berlin auszeichnen und ich denke auch von anderen Metropolen der Welt unterscheiden wird. Vielen Dank.